Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer Schande für Deutschland. Deutschland den Deutschen zu rufen, ist das strafbar? Nein. Scholz nannte die Parolen eklig und nicht akzeptabel. Und deshalb ist es auch richtig, dass all unsere Aktivitäten darauf gerichtet sind, genau zu verhindern, dass das eine Sache ist, die sich verbreitet. Die Namen wurden uns zugeschickt von Leuten, die wir nicht kannten. Der Angriff richtete sich gegen Teilnehmer einer Veranstaltung der islamfeindlichen Bewegung Pax Europa. Ja, nach dem, was wir wissen, sind da mehrere Extremisten aufeinander gestoßen. Michael Stürzenberger wird vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Täter über den Beschuldigten wissen wir noch gar nichts. Der Polizist, der am Freitag bei dem Messerangriff in Mannheim schwer verletzt wurde, ist gestorben. In der Politik wurde der Ruf laut, konsequenter gegen jede Art von Extremismus vorzugehen. Folgen Sie mir doch auch auf meinen anderen Kanälen bei Telegram, Instagram, Facebook und TikTok.